Hallo und herzlich Willkommen ich bin Sans und wir spielen Elden Ring und oje oje ist das gerade ungewohnt ich habe tatsächlich gerade mal auf die letzte Folge geschaut und das Aufzeichen in der letzte Folge war vor exakt drei Wochen das heißt ich bin hier wahrscheinlich gerade sowas von raus aber ich hatte da ein bisschen vorproduziert und musste für meinen anderen Content naja auch noch ein bisschen nacharbeiten es kam eins zum anderen jedenfalls freue ich mich jetzt nach einer kleinen Pause auch wieder hier weiter zu machen und ja wir haben uns natürlich die beste Ecke hier rausgesucht denn ich glaube die Viecher hier die gleich kommen sind schon recht eklig ja verzeiht mir also wenn wir in dieser Folge vielleicht öfter sterben als notwendig aber wir müssen erst mal wieder ein bisschen reinkommen so was haben wir hier rauf rein das teilt das wow ok 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 was zur Hölle da haben wir schon die nächste sag mal die Hände sind komisch okay die Kleinen gehen wenigstens relativ schnell kaputt aber die Große war schon Oh das noch eine große Und da sind wir auch schon ins Gras. Da haben wir auch schon ins Gras gebissen. Guter Einstand, würde ich sagen. Sehr guter Einstand. Ja, nicht mal drei Minuten haben wir gebraucht. Das finde ich gut. Sehr schön. Jetzt müssen wir jetzt auch irgendwie unsere Runen wieder zurückbekommen. Und das idealerweise ohne zu sterben. Kann wahrscheinlich hier drinnen... Ich kann meine Wölfe rausholen. Das ist gut. Dann nehmen wir uns die zur Unterstützung. Nehmen wir mal einen Schluck aus unserem... So, genau. So wird jetzt ein Schuh draus. Richtig prepared. Und dann passt das schon. Ja, da ist auch schon Action. Gleich viel besser. Au. Okay. Sehr gut. Oh, aber Dunkelschmiedesteine. Das ist natürlich nett. Da sag ich nicht nein. Nein. Na toll. Hm. Vielleicht... Auf alle Fälle sind trotzdem unsere Köter rauszuholen. Okay, damit waren auch alle Runengeschichte. Oder stehen die da hinten jetzt noch? Ne, ich glaube nicht. Doch, es könnte sein. Es könnte sein, dass die noch nicht getriggert haben. Wobei, das sind wahrscheinlich nur die paar, die wir jetzt gerade verloren haben. Ja, 33. Okay, alles klar. So. Noch mehr von den Viechern. Das ist ja das Schöne in Elden Ring. Kann man auch einfach an den Gegnern vorbeilaufen. Die hier rein. Oh, schaut mal. Das sieht gut aus. Die nehmen wir uns erst mal mit, ja. Wir gehen erst mal runter zu dem Kollegen und schauen mal, was der so für uns hat. Karin Rani, seit langem erwarten wir euch. Bete für die rasche Wiederauferstehung eures Hauses. Möge der Vollmond über Kari erscheinen. Okay, alles klar. Wir sind halt jetzt hier durch diesen Garten gelaufen, na. Hm, keine Ahnung. Oh, das mit den Schmiedestein ist aber nice, ne. Oben scheint das zumindest eine Leiter. Oh, das mit den Schmiedestein ist aber gut. Oh, das mit den Lags hat sich noch nicht erledigt. Einfach doof. Okay. Oh, lag. Mega lag. Okay, also. Das mit den Lags hat sich noch nicht erledigt. Oh, was das mit den Lags hat sich noch nicht erledigt? Vorsicht vor rechts. Ist das nur Fallen oder ist das auch... Ja, gute Frage. Oh, ein Runenbogen. Sehr gut. Sehr gut. Wir können hier reiten. Wie geil ist denn das? Aber scheinbar auch bloß streckenweise. Wir brauchen, glaube ich, erstmal ein bisschen Ausdauer. Ah, ist natürlich wieder ein bisschen... Oh, der ist größer. Der hat bloß ein größeres Schild, ne? Ich habe trotzdem das Gefühl, wenn man sich das Spiel hier anschaut, dass es an einigen Stellen doch einfacher wird. Also dieses einfach die Attacken-Spam, wenn ich es jetzt teilweise mache, einfach draufhauen, ohne drüber nachzudenken. Das hat mich in den ersten Leveln so oft mein Leben gekostet. Und das geht jetzt wesentlich entspannter. Oh. Ich glaube, hinter mir tauchen gerade noch welche auf. Oh, und da ist so eine Falle. Oh, das sind viele. Oh, tschüss. Oh okay. Okay. Oh okay. Oh okay. Oh okay. Oh okay. Und ich finde es gut schищen. Okay, it's done, it's done. Gnade voraus nehmen wir natürlich gerne mit. Da sind wir nicht so. Hier ist wieder so ein Bäumchen. Aber Tiere sind immer so eine Sache, ne? Tiere können richtig, richtig ätzend sein. Okay, äh. Er hatte sich erstmal erledigt. Wo, wo, wo. Warum nochmal hab ich mich nicht bei der Gnade hingesetzt? Wir haben nämlich nichts mehr. Ne, wir müssen nochmal hoch. Das macht keinen Sinn. Äh. Leck. Ah, was würde ich dafür geben, diese Lecks loszuwerden, ey? Wir werden es hier auf alle Fälle mal ganz kurz hinpflanzen und werden mal wenigstens... Ich weiß gar nicht, wie viele Golden Seeds wir mittlerweile haben. Flaschen. Drei goldene Saaten brauchen wir. Uh, aber wir hatten drei. Ist ja verrückt. 8-1. Ja, lassen wir trotzdem. Das passt so. Wir brauchen ja effektiv kein Mana. Mit denen umgehen. Da hinten ist auch noch einer. So, und hier geht's hoch. Das sieht mir aus wie Zauberer und ein Riese. Okay. 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 Boat. Okay. 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 So, gucken wir mal, was wir mit dem jetzt hier anstellen. Ja, natürlich erwischt. Ja, natürlich erwischt. Ja, der haut da auch echt gute Kellen, ne? Ja, genau. Ja, ja. Ja. Oh, Trollritterschwert. Was ist das? Ein Int-Schwert. Okay. Okay. Not bad, not bad. Okay. ich habe versagt ich habe so ein Gefühl, dass wir wahrscheinlich auch versagen werden aber man soll ja nie sein Optimismus ganz verlieren, von daher werden wir nach dem Versagen bestimmt gewinnen oh, das sieht mir tatsächlich aus nach ich glaube, das sieht aus nach einem Boss weißt du, dass ich meinen ganzen Scheiß da drauf habe? ok, jetzt sind wir aber auch eigentlich schon klinisch tot, aber der ist auch so, okay na gut ok, aber das ist tendenziell machbar wenn wir wissen, was da da steht und ist das eigentlich auch wieder kein Akt aber ich habe es ja auch vorausgesagt wir versagen und dann werden wir gewinnen deswegen oh, Marikas Pfahl, das klingt gut das klingt so, als ob wir keinen sehrweilen Weg hätten ja, hier ist Boss Area das ist sehr, 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 sehr nice ähm, das heißt genau, gleich die das ist immer ein Akt, ey mit allem Scheiß und drum und dran brauchen wir hier so ewig oh ja, hier ist es Okay, sehr gut. Äh, Loretta's Schnitt. Da gibt es dann auch gleich eine Gnade dazu. Das finde ich nett. So, was ist das hier für eine Kriegsasche? Kann ich natürlich hier jetzt nicht drauf packen, ne? Aber wir haben die zum Beispiel... Ah, das geht da gar nicht drauf schon mal. Wo ist dieses Loretta's Schnitt? Ich hätte vielleicht vorher mal gucken sollen, was das ist. Magische... Warte, achso, das ist dieses Teil. Alles klar. Äh, gibt eine Weisheitsskalierung. Gut, okay, war ja eigentlich abzusehen. Achso, wie viele Punkte haben wir jetzt eigentlich? Äh, okay, okay, 10.000 Runen. Und plus die, die wir hier noch verloren haben. Es sind 16.000. Jetzt ist die Frage, haben wir noch welche einstecken? Weil es wäre jetzt echt mies, wenn wir die verlieren. 2, 1, 4. Ich glaube, das wird nicht reichen, ne? Oh, wobei... 17.000. Sieht gar nicht so schlecht aus, oder? Ah, nee, es wird genau nicht reichen. Außer, das ist jetzt eine 2er, aber ich glaube, das ist eine 1er gewesen. Die gibt uns nur 200. Ärgerlich. So, das heißt, wir brauchen jetzt noch einen Gegner. Um hier noch ein Level-Up zu machen. Oh, da gehe ich dann aber, glaube ich, auch direkt zurück. Wenn wir den haben. Wenn 18.000 Runen dann vielleicht zu verlieren ist... Das tut dann schon weh. Äh, ja. War es das hier eigentlich jetzt schon? Oder geht es hier oben dann noch weiter? Ich glaube, um ehrlich zu sein, gar keine Ahnung. Es fühlt sich ein bisschen so an, als müsste hier auf alle Fälle noch irgendwo was sein. Ne, das ist wie mit der Tussi in dem anderen Teil. Hier hinten geht es weiter. Sie ist noch nicht ganz vollendet, ne? Das, 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 das... Ich weiß nicht, woran man das merkt, aber irgendwie merkt man das. Deine Schwestern. Ja, okay. Da oben ist dann wieder ein Drache. Mit den Drachen, ehrlich gesagt, habe ich mich ja noch gar nicht angelegt. Da habe ich auch ein bisschen die Hosen voll, das gebe ich zu. Wobei, wir nennen das Kind beim Namen. Ich habe Respekt. Ja, wie immer. Das klingt... Weniger feige. Hallo? Bin zu blöd, so einen Käfer zu killen. Frostnebel, okay. Also als Magier hat man hier auf alle Fälle eine richtig gute Zeit. Alles, was mit Karsten zu tun hat. Okay, ich bin aber nicht hier, um Tiere zu schlachten. Genauso wenig bin ich eigentlich hier, um mich jetzt direkt noch mit einem Drachen anzulegen. Ich habe das Gefühl, die Drachen sind immer ein paar Level voraus. Mit denen wollen und sollen wir uns hier wahrscheinlich noch nicht in dem Levelbereich anlegen. Aber hier hinten ist auch noch Stuff. Und ich kann es mir ganz Accordingen, was ich dir zusammen und ich mache die Grascheide, die Brach, von bowling�achen, und ich kann es vielleicht nicht mehr Ihr Sammuch Touch be Revelations-Med defeated. Okay. Okay. Ja, ja, ja. So. Reiset Meister. Da haben wir zumindest erstmal noch eine Gnade. Da können wir uns jetzt unser Level abholen. So, was habe ich denn gesagt beim letzten Mal? Jetzt haben wir ja hier 28 Stärke. Ja, schwierige Frage, ne? Wir gehen mal noch auf 30 Stärke. Wir müssen mal, wir müssen halt wirklich ein bisschen gucken, ne? Wie wir das jetzt hier alles verteilen. Dadurch, dass das mit dem Geschicksal auch so eine Sache, ne? Ich bin mir wieder echt so unsicher. Aber ich meine, prinzipiell kommen wir ja gut durch, ne? Und wir machen auch guten Schaden. Und es ist ja auch nicht so, als ob unser Schwert gar nicht auf Stärke skaliert. Es skaliert halt nur eigentlich mit D. D ist eigentlich okay, ne? Das Ding skaliert mit C auf Stärke. Aber wenn wir das richtig hochpushen, das Großschwert, glaube ich, macht das dann schon auch richtig, richtig Laune. Wobei, wir können mal, lass mal, wir haben mal ein paar von den Schmiedesteinen gefunden. Wir können mal, wo war denn hier? War doch noch ein anderer Schmied. Wo ist denn der gewesen? War das hier? Wir gehen bloß mal kurz gucken. Nee, das war's nicht. Ich glaube hier auch nicht, oder? Sonst gehen wir einfach in die... In unsere Festung. Nee. Tja, wüsst ihr, dass ich das nicht mehr weiß? Hier ist doch. Hier ist der Schmiedemeister E.G. Oder wie der Typ heißt. Hier ist er. Genau. Da steht er. Okay, Freundchen. Wie sieht's aus? Achso. Äh, ja, genau. Nee, nützt uns natürlich nix. Weil wir die Mats dafür nicht haben. Wir hätten hier die Schmiedesteine da, aber wir haben natürlich die Runen nicht, ne? Das heißt, hier müssen wir auf alle Fälle nochmal rangehen, dann kriegen wir hier ein paar mehr Runen zusammen. Und ich glaube nämlich, guck mal, 192 plus 89. Dann kommen wir nämlich langsam mit dem Großschwert ganz gut hin. Ich hab nämlich richtig Bock mit dem Ding dann loszulegen. Das ist schon, ist schon echt ne geile Geschichte. Ich weiß auch gar nicht. Ach, wir haben schon 32 Stärke. Warum haben wir 32 Stärke? Ah, weil wir das Teil drin haben mit erhöht alle Attribute, aber auch den erlittenen Schaden. Hm. Hm. Wäre halt für das Schwert erstmal ein guter Anfang, ne? Aufgeladener Angriff ist natürlich auch geil. Wir können mal den eine Weile reinnehmen. Mich würde das mal interessieren. Wir nutzen das nicht wirklich viel, aber... Ja, und dann sammeln wir jetzt mal noch ein paar Punkte. Aber wie gesagt, mit dem anderen Talisman können wir ja auf alle Fälle erstmal die Stärkewaffe zumindest tragen. Und dann ballern wir einfach mit Stärke durch. Oh, hier geht's hoch. Denn ich glaube, darauf habe ich einfach Bock. Und ich brauche da mal einen kleinen Tapetenwechsel. Aha, okay, alles klar. Hier geht's jetzt erstmal noch weiter hoch. Oh, die kennen wir doch auch, oder? Oh. Wieder haben wir die Reise. Ich glaube, ich sagte, mein Name war Renner. Wenn wir ihn lieben, was wir uns zurchteten. Wir sind ja, wenn wir uns zhelt, wenn wir uns zirpen... Ist es wichtig, dass du vorst. Aber ist es falsch verletzt. Was passiert hast du hier? Ich hab keine Geinnacht von dir in den Invitations. Nein, in particular das du there zustoest. Ja, denn... Dann haben wir ihn, wenn du dich gegeben hast. Dann hast du dich für diese Reunion. Hm. Hmm. Wilt thou enter into my service? I am the witch Rani. I stole death long ago, and search now for the dark path, that I might one day upend the whole of it, and rid the world of all that came before. Well, has that roused thy interest? I see. A choice well made. Thou art a rare sort. Not many would have accepted the offer, but I require as much of those under my command. I anticipate good work from thee. Okay? Good. Then I ask we proceed with haste. There is, in my service, a half-woven warrior. By the name of Blythe, I would have thee join him in searching for the hidden treasure of Nokron, the eternal city. I have called for Blythe to greet thee below. Take from him the particulars. Ah. And there wilt thou find Eiji, my war-cancellor. And Salavis, preceptor in the sorcerous arts, also. Heed not their peculiarities. Feel secure in gaining from them. What advantage thou canst. I am sure the others will be doing just the same. Speak with the three who await thee. Thou needst not indulge them and Julie. But they too wish to have been. It has been a passing long time since a new company. Speak with... Thou needst not... It has been a... Oh. Oh. Speak with our needs not... It has been a... Wollt ihr die Nachricht lesen? Äh, hier. Okay. Also hier steht jetzt irgendwo ein Dude. Auch. Ah. Oh. So you were the one. Lady Rani has explained everything. Again, I am Eiji. The captain of the crew. Das ist nett. Ich höre über dich. Schön, dass du endlich kennst. Mein Name ist Blythe. Ich bin von Mistress Rani. Ich bin mit dir. Ich bin jetzt in Lymgrave. Ich bin jetzt in Lymgrave. Die Eterne Stadt der Noghron liegt in der Mitte dieser Land. Ich versuche, nach dem Well in der Mistwood. Ich versuche, ob ich den Weg finden zu Noghron. Ich versuche, nach dem Well in der Mistwood. Ich versuche, ob ich den Weg finden. Ich versuche, nach dem Well in der Mistwood. Ich versuche, nach dem Well in der Mistwood. Ich sehe, ob ich den Weg finden kann. Ich versuche, nach dem Well in der Mistwood. Okay, okay, okay. Ich habe so mein Gefühl, dass der Brunnen im Nebelwald ... Hier, ne, das war Brunnen am Siofra. Aber das könnte ich ... Ist das der Nebelwald? Oh, in dem Nebelwald. Das ist das Ding. Also, wenn wir jetzt wahrscheinlich nach Siofra. Zumindest ist das, was der von uns will, denke ich. Ich verstehe. Ich verstehe. Du solltest du Rani sein. Ja, ja. Ich habe alles über dich gehört. Ich bin Selavis. Preceptor in den Sorcererischen Arten. Ich weiß nicht, was es die Mistress sieht, in eine Provinciale, Tarnished, wie Sie. Aber seitdem wir die Missfortune von servingen die gleiche Frau, ich versuche, dass Sie gerne nicht uns alle zusammen mit Sie. Ich bin in einer anderen ... Come und pay mir a visit. Wenn Sie wünschen Sie. Wenn es mir geht, ich würde nicht meine Zeit haben. Aber wer bin ich, gegen die Wäsche? Das ist nett. Ich versuche. Ja, okay. Ja, ja, ja. Aber wer bin ich, gegen die Wäsche? Okay. Ähm. Ja, was machen wir jetzt mit dem Drachen? Ich habe das Gefühl, wir sind hier noch nicht fertig. Guckt mal, hier ist wie eine Art unsichtbare Wand. Wir kommen hier nicht weiter. Wir sind wie in einer Art Szenario, oder was das ist? Okay. Okay. Haben wir von denen noch irgendeinen vergessen? Jetzt können wir von hier überall hinreisen. Okay, alles klar. Keine Ahnung, warum wir da nicht mehr rauskamen. War schon ein bisschen weird, oder? Hier können wir wieder nicht reiten. Das ist wieder ganz, ganz toll. Ich will aber ganz gerne da oben nochmal an der anderen Ecke gucken. Hier ist nämlich noch der Turm. Das sieht wieder aus, als wäre da ein Siegel dran. Was steht da? Das scheint auf alle Fälle zu kommen. Auch der eine oder andere schon mal gestorben zu sein. Okay. Aber ich denke mir, wenn es wirklich wichtig ist, dann kann man sich das auch... Dann wird uns da sicherlich nochmal einen Weg hinführen. Ansonsten vielleicht auch mal einen zweiten Durchlauf oder so. Ich denke... cheat- cheat-Gröten. cheat-Gröten. Das sind wieder... ...hälse, oder? Ja. cheat-Gröten. Hals-Fleisch. Okay, alles klar. Ja, ähm, die Instruktionen waren ja doch relativ deutlich. Waren wir hier unten schon? Eisige Waffe, okay. Wow, 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 wow. Ja, die stehen wieder auf. Okay, 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 alles klar. So, wir gehen einfach mal ein bisschen die Suiseten. Alles klar. So, jetzt sind wir natürlich hier wieder draußen, ne? Ist jetzt nicht wirklich viel. Wir können trotzdem mal den Weg noch kurz runterreiten und uns das noch angucken. Ja, aber das macht schon Sinn, dass wir dann einfach wahrscheinlich in diese Dinger von Ziofra dann gehen. Guck mal, hier ist noch so ein Tempel, ähm, Gefängnis. Da könnte man vielleicht nochmal gucken, Siegelgefängnis des Königsräubers. So, jetzt geht's noch ein Tempel. Aber auch wieder eigentlich, ich halt mal die Klappe. Eigentlich auch wieder relativ einfach. Okay, Meteoroid. Brauchen wir dann Cast. Das ist aber auch wirklich nett. So, die Ecken hier teilweise sind dann echt vollgestopft mit Pasta-Kram. Und dann kommen wieder Ecken, wo das genau umgekehrt ist. Ähm, ja, gut. Ich glaube aber, wir belassen es dabei auch in der Folge. Denn hier hinten scheint jetzt erstmal augenscheinlich nicht mehr viel zu sein. Hier geht's dann denke ich mal nur noch runter. Kann man sich vielleicht nochmal irgendwann anschauen. Aber... Wobei, das ist dann... Ah, das ist dann hier die Ecke, wo es dann oben rum weitergeht. Ich glaube tatsächlich, dass wir erstmal so Richtung Ecke Ziofra müssen. Das macht schon auch Sinn für mich, bevor wir uns hier weiterbegeben. Und ich glaube, das machen wir aber in der nächsten Folge. Von daher danke ich euch erstmal ganz vielmals fürs Zuschauen. Wenn's euch gefallen hat, lasst gerne ein Like da. Ansonsten sehen wir uns. Bis dann!